Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Und beim letzten Mal habe ich versprochen... Nein, nicht Feuersturm, Feuermagier. Genau, zu den Feuermagier zu gehen. So soll das denn auch sein. Hey du! Was machst du hier? Geh oder ich rufe die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Snabbt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Sieh die Waffe, Mann. Geh doch. Nein! Okay, und jetzt? Das wird dir noch leid tun. Aber ich kann da gerade nichts tun. Machen wir das doch mal so. Ich hoffe jetzt mal, ich habe da keine Zwischensequenz irgendwie verpasst oder so. Was ich gerade gemacht habe, ist den Cheat-Modus zu aktivieren. Und mit F8 dann quasi das, was gerade alles abgeht, das, was gerade passiert, abzubrechen. Das hat den Nebeneffekt... Hey, den da, nicht das Schwert. Das hat den Nebeneffekt, dass ich, glaube ich, vollständig geheilt werde. Naja, ist okay. Damit kann ich leben. Ich meine, ich habe genug Tränke dabei und so Zeug. Das ist ein bisschen, würde ich jetzt nicht merken, der Unterschied. Keine Ahnung, was da gerade war. Was mich viel mehr ärgern würde, als jetzt diese bisschen Lebenspunkte erschienen, ist, dass da vielleicht eine Zwischensequenz oder so war. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das gerade seltsam, was da passiert ist. Und bevor ich hier Unsinn mache, mache ich mal den Cheat-Modus eben wieder aus. Kuristo, war das nicht einer der Feuermagier? Der ist wohl tot. Das sieht aber nicht so gut aus. Ring der Unbezwingbarkeit. Schutz von Magie und Feuer brauche ich nicht. Zumindest nicht so sehr. Aber das sieht... Oh, das sieht sehr gut aus. Habe ich jetzt den da schon durchsucht? Nein, was soll ich mit lauten? Ein Lagerschlüssel öffnet Haupttür der Lagerräume im Kenner der Erzbüro. Da nehme ich gerne Käse. Und die Waffe nehme ich dem natürlich auch ab. So, was habe ich da gerade an mich genommen? Ringe, genau, Ringe. Was habe ich denn an Ringen an? Ich trage Mana 15, Lebensenergie 15. Und... Ah, ich habe schon so einen. Gut, ich habe 75 Mana. Das heißt, auf die 15 kann ich eigentlich ganz gut verzichten gerade. Und... Nein, den hätte ich gerne. Und mir stattdessen dann nochmal meine Rüstenschutz ein bisschen erhöhen. Boah, 115 Schutzvorwaffen. Das heißt... Ähm... Das heißt... Jeder Schaden, den ich kriege, von irgendjemandem wird um 115 reduziert. Oder im Umkehrschluss, die müssen 115 Schaden mindestens... 116 Schaden mindestens bei mir machen. Um überhaupt Schaden bei mir zu machen. Ja... Ganz schön gut, ne? Schaue ich mir mal hier unten um. Was es hier noch so alles gibt. Hm, ich glaube jetzt... Jetzt, wo die mich eh nicht mehr leiden können... Kann ich mir auch erlauben, diese Truhen hier zu knacken. Ich meine, die Magier sind eh tot. So wie das aussieht. Nein! Mist. Wie war es? Links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts... Oh, meine Güte. Was ist das denn für ein Krampf? Mana 30, Mana 30. Brauche ich nicht. Ernst? Geheimnissen der Zaubererei. Die Gabe der Götter. Hm. Das hat sich nicht so gelohnt. Äh, was ich gerade sagen wollte... Genau, die Magier sind wohl eh alle tot, so wie das aussieht. Äh, hieß es ja auch schon vor einigen Kapiteln. Und die übrig gebliebenen Gardisten und Banausen und Barbaren... Die brauchen das magische Zeug hier wahrscheinlich eh nicht. Schon daher würde es keinem wehtun, wenn ich mir das nehme. Rechts, rechts, links, links, links... Rechts, rechts, viermal links... Rechts, nochmal rechts... Ja, sehr schön. Mana Bonus, bisschen Erz, Elementare Akanei... Ja, das Blöde ist halt... Also die Bücher sind schon im Prinzip eine nette Sache. Ich meine, man kann sich die alle... Ich kann es ja mal zeigen. Ich habe es halt bisher nicht gemacht, weil ich das selber für ein bisschen langweilig halte im Let's Play. Zum Beispiel Elementare Akanei habe ich gerade gefunden. Kann ich mir jetzt angucken? Kann ich mir durchlesen? Das bringt halt nicht so wirklich was. Ähm... Was habe ich denn noch gefunden? Ach, das war es schon, was ich habe. Okay. Ähm, das bringt halt nicht so wirklich was. In Gothic 2 dagegen kann man halt aus Büchern wirklich Sachen lernen. Dann lohnt sich das dann schon eher. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, 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 links... Nein! Mein Gott, war das gerade gut. Wie war das? Nein. Rechts, links, links, rechts, rechts... Rechts, links, links, rechts, links... Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links... Links? Nein! Nein! Was denn? Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts... Links? Links, 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 rechts, links, rechts, 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 ja, geht doch. Puh, was ein Kampf. Andererseits, das hat sich halt irgendwie auch nicht gelohnt. Ich meine, okay, ein bisschen Erz, aber ich weiß nicht. Das bringt es irgendwie nicht so wirklich, was ich da gerade gefunden habe. Ich hatte mir dann mehr erhofft von Magiern. Dass sie da irgendwelche Tränke haben, die vielleicht auch auf mein Leben oder meine Stärke oder so erhöhen. Gut, Stärke jetzt vielleicht nicht beim Magiern, aber vielleicht das Leben oder das Mana oder so. Schutz der Amulett, der Eichenhaut, Schutz vor Pfeilen. Was für ein Amulett trage ich denn? Lebensenergie, Mana, das ist 25. Ich glaube, das ist mehr wert. Und hier ist so dunkel. Ich muss jetzt mal hier eine Fülle anzünden. Dann kenne ich da gar nichts. Na gut, hier gibt es auch nichts irgendwie. Dann stecke ich die Fackel wieder weg. Speichere nochmal eine Runde. Und dann traue ich mich mal nach draußen und ich werde wahrscheinlich nicht allzu freundlich empfangen, fetzig. Oder? War ja klar. Ja, mit Armbrust, genau. Nix da. Ey, nein. Raven. Alter Hau-Degen. Yeah, verdammt. Meine Güte. Ah, diese dämlichen Armbrüste. Diese dämlichen Armbrüste hauen so scheiße krass rein. Und vor allem unterbrechen die dann auch ständig meine Aktion. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das heißt, äh, ich muss jetzt erstmal gucken, mich schnellstmöglich wieder zu heilen. Das wirst du noch zu spüren kriegen. Dann muss ich schauen, dass ich den Typen irgendwie dauerhaft totkriege. Damit er mich nicht wieder angreift, weil Raven kann echt gut reinhauen. Ich schätze mal mit einem Feuersturm zum Beispiel. Feuersturm, nicht Feuer... Hä? Wo ist mein Feuersturm hin? Warum ist der nicht mehr ausgewählt? Feuerball. Feuersturm. Sieben. Genau. Habe ich doch gerade versucht. Na gut, erstmal den da aus dem Weg. Okay. Sehr schön. Äh, okay. Nun muss ich da mal ein bisschen in Deckung gehen. Geht das bitte, geht das bitte auf Raven? Nein, das kann ich auf Raven. Aber Raven hat keine Waffe. Hä, immerhin. Gut, immerhin. Äh, ich dachte eigentlich, da würde sich seine Waffe wieder nehmen. Ist das eigentlich tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn zumindest ausnehmen und er hat nichts dabei. Ist mir egal. Ich schätze mal, ich habe ihn umgelegt. Die Animation hat ja begonnen. Sehr schön. Genau. Zieh deine Waffe. Damit kann ich umgehen. Ah, nein. Da ist Raven wieder. Das bleibt mal liegen. Okay, das klappt also doch nicht, wenn die Animation beginnt, sondern man muss die auch tatsächlich durchziehen. Äh, ja. Was ist denn jetzt noch zu tun? Also ich muss jetzt halt gucken, dass ich da mich irgendwie rauskämpfen kann. Ah, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ey. Wer war das denn gerade? Wer war das gerade? Ich sehe ihn. Da. Cutter. Das ging ja voll daneben. Äh. Ah, das ging auf Raven aus Versehen. Das soll mir recht sein. Und das ging auf Cutter. Immerhin. So, Raven. Kriege ich dich jetzt? Okay, jetzt bist du wohl endgültig schön. Äh, tot. Eigentlich nicht schön. Er ist nicht schön. Er ist endgültig tot und das finde ich irgendwie schön, weil er mich jetzt nicht mehr nerven kann. Also, nicht, dass ich schön fände, Menschen zu töten, aber wenn er mich angreift. Und die einzige Möglichkeit, dass er mich nicht mehr angreift, darin besteht, dass ich ihn töte. Tja, dann muss das halt wohl so sein. So, wie viel fehlt mir? Ja, komm, hier. 15. Ah, guck mal. Und was? Warum kann ich jetzt? Ach. Jetzt hat er mich schon wieder mitten in der Aktion. Irgendwie unterbrochen. Und ich konnte mal wieder gerade nichts tun. Weswegen ich gerade mal wieder gefeatet habe. Ich weiß nicht. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Ah, und warte mal. Ich habe doch bestimmt jetzt das Schwert von Raven oder so. Nicht? Moritziel? Oder von den Typen oben? Na, keine Ahnung. Jedenfalls ist meine beste Waffe immer noch die, die ich davor hatte. Ähm, ich wollte mein Mana auffüllen, genau. Mit Rabenkraut. Zweimal. So, jetzt. Ah, meine Güte. Ich bin ja, ich bin ja voll weit gekommen heute. In der Folge irgendwie so fünf Meter oder so. Also, Raven weiß ich, hat ein relativ gutes Schwert dabei. Das hat er aber wohl liegen gelassen nach dem ersten Tod. Das heißt, das müsste jetzt irgendwo hier sein. Ähm. Aber gut, bevor ich jetzt hier loote, muss ich erstmal aufräumen, damit ich hier nicht ständig gestört werde von diesen dämmlichen Idioten, die nichts Besseres zu tun haben, als mich anzugreifen. Würden sie es einfach lassen, wir könnten ruhig in Frieden hier zusammenleben. Aber nein, sie müssen mich ja angreifen. Ist da oben jemand? Nö. So, hier war doch früher der Schmied, der mir keine Rüstung verkaufen wollte, oder? Ist der noch da? Ist das nicht der? Hahaha. Ja, ich will eine Rüstung. Ich dachte, ich frage nochmal wegen der Ausrüstung. Zisch ab! Hahaha. Na gut, immerhin greift er mich nicht an. Ach ja. Dann schaue ich mal hinter diese Tür. Die ich nicht knacken kann und nicht öffnen kann, weil mir der Schlüssel fehlt. Schade. Na gut, dann schaue ich mal, dass ich Ravens Schwert finde. Wie gesagt, das müsste hier irgendwo liegen. Gadeschwert. Rabenknecht. Ah, ich glaube Rabenknecht ist das Schwert von Raven. Ah, der Gardist ist vor Raven aufgewacht, hat sich das nächste Mal zu Schwerten geschnappt, was in dem Fall Ravens Schwert war. Ja, deswegen hatte Raven gerade auch kein Schwert mehr, als er da reinkam. Aber wie ihr seht, das Rabenknecht mit 70 Schaden da, nicht so gut. Andererseits ist es halt eine Einhandwaffe, das heißt, ziemlich schnell. Könnte sogar die beste... Ja, es ist gerade zumindest jetzt gerade die beste Einhandwaffe, die ich habe. Naja, keine Ahnung. Aber ich glaube, die war bei zwei Handwaffen. Die hauen dann doch stärker rein. Genau. Und damit bin ich jetzt wieder zurück im alten Lager, sozusagen. In der Burg, die ja eigentlich abgeschlossen war. Oder wahrscheinlich immer noch ist. Und wie ihr seht, die Gardisten drehen so ein bisschen durch, drehen ein bisschen am Rad. Die Butler da unten... Die scheinen ganz normal zu sein. Äh... Hm. Na. Soll mir recht sein. Ich will die ja gar nicht umbringen. Ich will ja, dass hier alles in geregelten Bahnen verläuft. Und danach endlich diese dämliche Barriere kaputt geht. So, genug gelabert. Und mit dieser schönen Aussicht... Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hier im alten Lager.